Ah! Come along, children. Now we're gonna have a little music, like old time. 26. Oh, 26. Okay, roll the drums. Schöne Herren. Schönen Abend noch. Ich möchte nicht gestört werden. Haben Sie gehört? Ja. Gnabend. 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 Kleinen Moment. Peinlich. Na, es muss sein Spaß. Bitte schön. Ich war da auch auf Post. Ich bin der junge Mann mit Egmont-Kanten und suche dich mit Egmont-Kanten. Ah, fast hätte ich es vergessen. Dieser Handschuh hat der Mann eben an, kam draußen verloren. Wenn Sie mir seine Zimmernummer geben könnten, dann... Ach, das ist ja Dala, der Zimmernummer 26. Aber es war sein ausdrücklicher Wunsch, nicht gestört zu werden. Sie können mir den Handschuh gerne geben, denn gebe ich dem Moment an Dala zurück. Okay. Ähm... Was denken Sie, wenn ich mich jetzt kurz oben frisch mache und wieder runterkomme? Bestimmt nur die Chance, eine kleine Chance, dass wir beide unsere Egmont-Kanten... ...errunden, meinen Sie? Es besteht also die Chance. Come along, children. Now we're gonna have a little music, like old time. Das Nasenbluten wird stärker. Es ist fast so, als würde es nicht mehr aufhören. Ja, ich nehme die Medikamente, genauso wie Sie es gesagt haben. Ich kriege keine Luft mehr. Und mir jetzt schwingt Leak. Oh mein Gott. Es geht schon wieder los. Sie haben gesagt, es wird irgendwann aufhören. Ich gehe an die Presse. Das schwöre ich Ihnen. Ich habe alles hier. Sie und Ihre verfluchten Forschungsexperimente. Sie werden mich nicht finden. Ach, da kommen die Egmont-Kanten. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns... Sie arbeiten schließlich. Ich habe sowieso gleich Feierabend und da stelle ich den Tür-Code ein. Ich stelle den Tür-Code jetzt schon an. 15 Minuten ist sowieso gleich Schluss. Und mein Chef ist im Urlaub, das ist gar kein Problem. Okay. Ich weiß von nichts. Ich schau mal, was die anderen so suchen, ja? Polly. Polly, das ist da. Jetzt nicht verrückt werden. Bleib ganz ruhig. Kein Blödsinn reden. Bloß nicht versuchen witzig zu sein. Nicht versuchen witzig zu sein. Ich hoffe, ich mache nicht alles kaputt, wenn ich jetzt sage, meine Zimmernummer kennst du ja. Hallo. Hallo. Ah. Ach, du bist... Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, tut es mir leid. Wenn ich zu schnell war, dann... Nein, gar nicht. Aber... Ich suche dir jeder Halsschlüssel. Das ist überhaupt nicht meine Art. Den habe ich eigentlich immer bei mir. Und jetzt ist er weg. Hast du ihn im Frühstücksladen lassen? Weiß ich nicht. Ist das der? Ja, danke. Bist du verletzt? Ich schaue mal, was die anderen so suchen, ja? Come along, children. Now we're gonna have a little music. Like old time. Okay. Roll the drums. Roll the drums. Okay. Roll the drums. Bist du verletzt? Ich werde ich nachlesen. Die Kamera läuft. Unläuft. Und bitte. Aha. Da kommen die Ecken im Kante. Ich hoffe, dass du verworst. Ja. Ich habe sowieso gleich Feierabend. Dann stelle ich den Türcode hinten ein. Ach. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe das erst vergessen. Sowieso gut, weil ich gesagt habe, dass du gar nicht was treffen. Ja. So was? Ist das der? Ja. Ja. Die Schulter zum Anlegen und festzahlen. 42 Jahre Jugend mit zwei Beinen. Ach so, die festen Lebensstil. Da kommt was dazu. Ja. 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 Stopp. Da ist jemand still gelaufen. Das ist mein Freund. Das ist noch ein Freund. Gib mir mal hier die Kontaktanzeige. Ja. 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 Jetzt stimmt's ja ah magari, Mann. Sechsundzwanzig. Hattest du dich noch einen Abend? Ja. Ja. Scheiße, ich habe mich jetzt zu der Rundenregel. Ja, ich habe zusehen, dass ich empfangen habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.